Es sind manchmal kleine Nuancen, die ausschlaggebend sein können, ob man gerade ausschießt, nach links weg trifft, nach rechts weg trifft, nach tief oder nach hoch. Ziemlich maßgeblich für diese Ausrichtung ist das Thema Griff. Ich habe ja schon einige Videos über das Thema Grifftechnik gemacht und euch bereitgestellt. Ich möchte aber hier nochmal auf einen Punkt eingehen, der mir persönlich unwahrscheinlich geholfen hat, meine Linkslastigkeit bei der Trefferlage, bei der Treffpunktlage Richtung Zentrum zu bewegen. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also, ich habe jetzt hier meine Glock 17 Gen 4. Sie ist entladen und sie hat im Moment das Coolfire Trainingssystem drin, das ich von der Best for Shooters habe, um auch das Thema, weil das ist etwas maßgeblich dabei, Rückstoßkontrolle. Weil auch dafür ist die Grifftechnik wichtig. Grundsätzlich ist es so. Wir wollen immer zusehen, dass wir einen so geringen Abstand von der Hand zur Laufachse haben. Man sieht immer wieder in Filmen, und das sind teilweise Schauspieler, die eigentlich Training bekommen im Umgang mit der Waffe, wie sie die Waffe hier unten halten. Wenn ich die Waffe jetzt hier unten halte, passiert Folgendes. Ich bin relativ weit weg von der Laufachse und damit kippt sie stärker nach oben. Das heißt, die Mündungsauslenkung beim Rückstoß ist stärker. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir mit unserer Schusshand so hoch wie möglich in diesen Bereich, den sogenannten Beaver Tail der Pistole, reinkommen. So hoch wie es nur irgendwie geht. Der zweite Punkt hierbei ist, ich möchte jetzt gucken, dass ich a vernünftig an den Abzug drankomme und b ich in etwa hier durch meine Lebenslinie der Schusshand die Rückseite vom Griff durchlaufen lasse. Das heißt, von der Grifftechnik her sehe ich a in etwa hier, man sieht, ich bin mit dem Mittelpunkt der Waffe etwas mehr in Richtung Daumen. Und ihr seht auch, wenn ihr hier unten entlang guckt, bin ich hier in etwa bei meiner Lebenslinie an der Handfläche. Das ist ein ungewohnter Griff, gebe ich zu. Hat man sich daran gewöhnt, funktioniert er richtig gut und fühlt sich natürlich wie jeder andere Griff wieder natürlich an. Haben wir diesen Punkt des Griffes soweit eigentlich drin, dann nehmen wir unsere Stützhand und gehen unter den Abzugsbügel. Wir rollen die Hand quasi in diesen freien Bereich des Griffes rein. Das heißt, wir gehen dann hin und haben dann unseren berühmten Thumbs Forward, Daumen nach vorne. Die Daumen üben aber keinen Druck aus. So, ich gehe jetzt persönlich hin und habe meinen Zeigefinger der Stützhand und nutze ihn quasi als eine Art Führung. Das heißt, er wickelt sich hier um den Abzugsbügel rum und landet hier zwischen meinem Abzugsfinger und meinem Mittelfinger der Schusshand. Wie gesagt, es fühlt sich erstmal seltsam an, aber es funktioniert. Der nächste Punkt ist der Daumen der rechten Hand. Und das ist jetzt eine Glock-Spezifika, die ich aber auch auf meine P10 ausweite, auf meine CZ-75 und so weiter. Und zwar, damit wir noch den Abstand zur Laufachse reduzieren, knicken wir den Daumen der Schusshand hier nach oben. Ihr seht also, wie hoch jetzt mein Daumen hier ist. Damit komme ich mit meiner Stützhand auch wieder wesentlich höher. Wenn ihr jetzt seht, wie ich Kontakt an der Waffe habe, dann versteht ihr auch, warum der Griff ein bisschen mehr Stütze bringt. Wir wollen ja, dass der Rückstoß möglichst gering ausfällt, damit die Mündungsauslenkung möglichst gering ist und wir schnell wieder mit der Visierung im Ziel sinken, also auf dem Ziel, um den Vollgeschuss abzugeben. So, bezieht sich in erster Linie das Ganze hier auf das dynamische Schießen. So, das heißt, wir gehen jetzt hin. Zack. Und man sieht, die Mündung lenkt sehr wenig nur aus. Natürlich ist jetzt ein CO2-betriebenes System nicht identisch mit dem Rückstoß einer 9mm-Patrone. Aber ihr seht, die Mündungsauslenkung ist geringer. Sie ist, als wenn ich jetzt hingehe und ich halte die Waffe jetzt ein bisschen luschenhaft. Und dann seht ihr auch, wie die Waffe im Vergleich am Springen ist. Schwierig bei der ganzen Geschichte ist jetzt, ihr ändert euren Griff und den müsst ihr natürlich auch in Geschwindigkeit umsetzen. Das heißt, wenn ihr die Waffe zieht, müsst ihr natürlich jetzt auch wieder gucken, dass ihr diesen Griff in eine natürliche Bewegung adaptiert, damit ihr beim Ziehen der Waffe direkt wieder in diesen sogenannten Grip sind. Durch die Rotation der Schusshand am Griff komme ich besser an den Abzug dran. Das heißt, ich habe einen geradlinigeren Zug am Abzug dran. Und damit bin ich wesentlich gerader und besser im Ziel drin. Und es funktioniert wunderbar. Ich mache das jetzt schon seit mehreren Monaten auf diese Art und Weise. Natürlich halt einen reduzierten Zustand wegen Corona. Aber das, was ich bis jetzt erlebt habe auf dem Stand, auch auf 25 Meter, haben sich meine Treffer deutlich verbessert. Ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen. Probiert es mal selber aus. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.